Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Survival Games. Heute mit dem ErdBV, der hier hinten ist. Und der Deutschland63 hat denselben Scan mit dir. Oh. Siehst du den? Hi, ich hole mich. Alter. Ich wollte gerade zu dem hinlaufen und so sagen, so, das ist der neue ErdBV, der hat sein Leben geändert. Aber hat er nicht, er heißt noch ErdBV. Ja. Ja, heute zocken wir SheepQuest, weil es ist Double Game Weekend und das müssen wir ausnützen. Ja. Vor allem der Erd, der ja so wenige Games hat. Ich habe 5.000 was. Was? Ja, aber gestern die ganze Nacht gezockt. Ja, genau. Fail. Und darum warst du heute in der Schule so todmüde. Ja. Ich will, ich will, ich will. Ich will, ich will, ich will. Alle und jetzt ist keiner zu Hause und ein Roter kommt, weißt du? Scheiße. Aber ich habe ihn. Kackgelben. Ich habe ihn. Gelben, kackgelben, kackgelben. Kackgelben. Oh, du musst zurückkommen. Ja, Alter, rette mich die Roten. Ach, den Tod. Die Blauen meinst du? Ja, die Blauen. Ich hatte fast ihre Schaffe geworfen. Ihr Einzelmes. Oh, ne, jetzt kommt ein Gelber. Und ich bin zurück. Oh, schnell. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich töte mich jetzt. Äh. Jetzt. Boom. Ha. Feil. Nee, nicht fail. Zu fail. Nee. Nimm den, der Schaf. Ah, ein Roter. Ein Roter. Roter. Ja, ich habe ihn. Ich habe dieses Mungo gekriegt. Ein Gelber. Oh, ich bin tot. Du musst ihn dir schnappen. Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, der hat ihn. Du hast wenigstens Killassist. Ja. Weißt du was? Ich nehme diese Folge durch nicht jeden als 45. Komm, zu den Gelben. Okay, mit meiner Herstenszahl wird das irgendwie schwierig. Jetzt muss ich das nicht. Töte sie. Nächsten seiner. Oh, nee. Nee, roter. Ein roter Cloud unserer Schafe. Alle. Nein, eins haben wir noch. Ja, wow, eins, aber einfach weil ich zu scheiße war. Ja, wir müssen die Folge wirklich hochladen. Ja, die lassen wir jetzt. Das ist auch mal interessant zu verlieren, weißt du? Ja, der Gelbe ist gut. Bist du der Gelbe? Was? Äh, der, der Grüne, der gerade die Gelben scharfen nimmt. Oh, ein roter. Ja, wir sehen. Oh, gerade noch drin. Oh, die Gelben kommen. Einer zumindest. Ja, einer. Ah, der mit dem selben Skin. Zwei. Und zweiter auch noch. Aber heute nicht, mein kleiner. Oh, der kommt von hinten. Der könnte eins mitnehmen. Ein. Ihr lasst es. Gut, tot, tot. Ich habe beide getötet. Nee, nur einen. Oh, schnell zu den Gelben, der Schaf. Ein roter. Achso, wir sind zu den roten. Ja, ich habe aber den Gelben, der Schaf, auch noch. Und ich werde dich töten. Achso, ein gelber. Oh, der ist immer so stark. Oh, der ist immer so stark. der ist zu scheiße, der ist zu scheiße Ich geh zu den Gelben Alter, treffe mich nicht immer Oh nein Oh nooo Ich hätte beinahe den Gelben getötet und die beiden Schafe mitnehmen können Beinahe Und? Nein! Irgendwie sind wir heute scheiße Wir Die roten, entweder geben wir oder die roten Wir Du bist ein toter Mann Ich habe zwei Schafe von den Gelben Ohne, rote ist hier Und? Der rote ist da Zweite Und du hast ihn Oh, noch 20 Pfunden Zu den roten Nee, ein roter ist noch hier Nee, ein roter ist noch hier Schell jetzt zu den roten Wir wissen alle ihre Ja, ich klau das von dem gelben dort Oh, ein grüner hat drei Schafe erobacht Oh, geil Oh, geil Und ich bringe auch noch eins Alter, das ist auch Wir sind jetzt gleich um gewinnen Ja, und jetzt mit Ach, oh Ja, ich habe noch mal eins gebracht Oh nein Die kommen gleich in die Mitte Ja, es ist vorbei, Alter Oh ja, voll Oh nein, oh nein, die kommen gleich in die Mitte Oh nein Oh nein Okay, gut Äh, Team Grün So scheisse war ich gar nicht irgendwie Ja, ich auch nicht Ebenso Ich habe für das Blut Immer wenn ich es will Bekomme ich es nicht Und wenn ich es nicht Äh, wenn ich nicht daran denke Alter Ich habe acht Kills Vier Schafe geklaut Zweimal Kill Assist Und dann 37 Games für Double Coins Weekend Ich habe 41 Games Ja, du hast wahrscheinlich mehr Kills Zwei Games Ähm, 10 fürs Mitmachen Zwei, ähm, Schafe gestohlen Ähm, für das Gewinnerteam 7 Kill Assists Und First Blood Gut, First Blood gibt, glaub, ziemlich viel 10 Eben, ja Und dann noch Ähm, der Bonus dazu Ja So, also Diesmal gewinnen wir Ja, haben wir ja letzte Runde auch Ja, aber wir gewinnen wieder Wir gewinnen wieder Wir gewinnen wieder, weil wir sind die Vollprofis Danach können wir ja wieder auf, äh, Hive gehen One in the Chamber zocken Äh, das ist einfach Nein, Cranked Cranked heißt Cranked Weil, ähm Ich weiss, ich weiss jetzt nicht mehr wie der heißt Glaube Jonas Meier Dem gefällt das Also spielen wir das wieder Nein, ich bin immer so scheisse Mecken Ja, dort war ich vorhin Also was willst du Ja, ich kann ja jetzt auch Sprint rein machen Könnte ich Wenn ich wüsste wie er sagt Ohne Ich töte den Blau Ich töte den Blau Ah, diese blöden Also passt du einmal nicht auf und kommen gleich alle Oh, blauer ist bei uns? Ja, da ist das Werzt bei dem Aber Du hast Ja, er ist Ja, er ist Es wird Ich bin Und ich hatte ein Herz Super Oane, die roten Wiederhalter Und sie nehmen noch mal zwei Charfer mit Und ich habe Und das ist ein Wort Ja, ich habe Das ist 사람들이 und Buchen und Das ist ein Wort Warum? musst du mich schlagen du scheiß kleiner mongo warum du kleiner Schweinehund weisst du da möchte ich mal in Ruhe möchte den roten die schaffe klauen nein dann wird alter geben wir als der Mann von so einem blauen mongo geschlagen ja null Ahnung hat von diesem Game und jetzt bin ich getötet worden von gelben die nehmen wir zu scharfen damit weil ich zu unfähig war wir haben noch kein scharf schnell zu den roten wo die nehmen noch ein scharf mit alter ich werde dich töten werde dich töten ist ein roter tot ohne jetzt sind wieder alle roten hier ja ich habe ein scharf reingebracht der erste ist scharf ich fühl mich so tot hat er das vor was gesetzt unsere zwei bettler dort schaffen ist und ganz er hat ihn getest wow wir haben einen scharf ich geh zu den roten kommt kommt mit wo einer ist tot oh und ich bin tot schnell du musst schnell dorthin du kannst es schaffen ich komme auch ich komme auch ok einer weniger jetzt muss ich den roten bei uns erledigen oh nochmals einer weniger wenn ich jetzt den noch bekomme wenn ich den bekomme wenn ich den bekomme scharf ich habe zwei getötet ich habe zwei getötet unser scharf ist weg ja es ist in der mitte aber ich bin die roten sind zu stark die haben unser scharf nicht es läuft zurück und ne der gelbe nimmt ne ach komm ich bin op ich bin op alter der gelbe immer in die mitte ähm idiot ja schon bist du gelb ja warte ich komme in die mitte ich habe es zurück gebracht nimm das von der mitte mit ein roter der meint schon was er ist gell warte komm zurück oh ne ich habe kein lieb oh gut super immer zurück du mach das scharf rein rein mach es du rein ja ne ich bin schon zu weit weg alter ich auch ich bin auch hier alter diese blöde Tastatur ich werde immer der Tastatur schuld geben die ist auch immer schuld alter diesmal wäre ich bei den roten gewesen alter die roten haben 13 scharfe alter ich verachschen die jetzt und zwar 10 ich töte jetzt den in der mitte oder die roten in der mitte ja Alter in der roten sind immer mit weißt du oh ein gelber nimmt unser Schaf natürlich der hat nicht mitgenommen der Noob so ein Noob so ein Noob der hatte den Sattel ausgewählt aber hat es nicht mitgenommen alter rette mich ja ich kann nicht ja drei Schafen von den roten oh nein die kommen und ein gelber ist hier ein gelber nimmt es mit oh hat das wirklich schlaffe aber unser Schafeswerk der gelbe wie bringt der gelbe den roten Schafen da hilft denen ja Assi 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 ich bin bei den roten komm rüber komm rüber komm rüber ich bring's nicht zurück 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 scheiße gelber ein gelber nein nein ne ne gut 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 oh ne scheissstart ich hab den Scheißstart ja in dem Staat die Schuld geben ja ist so ich hole mir das Schaf von den gelben das nicht mehr den gelben gehört was super ist ich bin bei den roten ich habe den Schaf reingebracht und ich werde gerade jemanden angreifen um ach fuck komm nicht dran komm nicht dran wussi 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 doch nicht die roten sind zu gut äh wollen wir noch eine Runde anhängen ja oder wir sind jetzt bei 12 Minuten da hängt rein ran ja komm du jolo und so äh grün schnell die Schafe hast du bekommen äh Schafe hab ich keins aber first blood ne Schafe lost connection to server alter äh scheisse ne sehr schaub gut wenn euch die Folge gefallen hat lasst ne positive Bewertung hier und dann würde ich sagen sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder macht's gut bis dann ciao ei